So Leute, der erste Schultag ist jetzt rum und wir gehen jetzt erstmal Bücher einschlagen lassen, weil ich glaube, jeder kennt das, dass am ersten Tag man sauviele Bücher bekommt, der die Liste dann halt mega schwer ist und man dann nachmittags Bücher einschlagen muss. Und das machen wir jetzt. Und Leute, es ist einfach mega heiß draußen, irgendwie 36 Grad. Natürlich genau so heiß, wenn wir wieder Schule haben, hätte ich vorher mal heiß säuen können. Nein, es musste ja regnen. Ja, aber erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich mache jetzt mit meiner Mutter nach Schurko, mache Fins und danach muss ich noch Hausaufgaben machen. Ey, das ist irgendwie das Ätzendste an der Schule, dass man Hausaufgaben machen muss, aber es gehört halt dazu. Das ist irgendwie das Ätzendste an der Schule, dass man Hausaufgaben macht. Ja, wir verkaufen jetzt die Xbox One im Internet, die wir kleiner zeigen, ist auf jeden Fall die beste, dafür ein Spaß. Aber ja, ich benutze die Xbox halt nicht so viel und dann verkaufe ich auch noch meine Tastatur die Woche TKL Pro, weil ich habe ja eine neue und dann würde ich mal sagen, zeige ich euch das dann gleich, wie das so alles aussieht. Jetzt wollte ich zum Schluss noch mal ein paar Fragen beantworten, also zwei Stück, die ihr mir gestellt habt, weil ich habe ja gesagt, ich könnte mir Fragen stellen und so. Und da werde ich mir jetzt mal zwei rausholen, beziehungsweise ich habe mir schon welche rausgesucht. Und das sind zwei ziemlich coole Fragen, finde ich. Da habe ich einmal der Apfel Anu für immer, glaube ich, heißt ja, gefragt, Was haben deine Eltern gesagt, als du ihnen das erste Mal gesagt hast, dass du YouTube machen willst? Und die haben eigentlich relativ positiv reagiert, weil das war halt schon vor eineinhalb Jahren mit Minecraft. Die haben halt so gesagt, ja, solange du dich nicht zeigst, ist das ganz okay. Und jetzt, als ich mich zeigen wollte, meinten sie so, äh, ja. Aber dann haben die halt gesehen, dass das Feedback von euch halt mega positiv ist. Und jetzt darf ich mich halt auch zeigen. Also, die stehen eigentlich ganz schön hinter mir. Und dann hat mich der Miki MC auch noch gefragt, was war dein schönstes Erlebnis? Ja, also mein schönstes Erlebnis, ich habe eigentlich kein richtiges Schöner, ich habe halt mehrere Schöne, zum Beispiel Sada Express, das Musical, dürft ihr die kennen in Bochum. Das habe ich mir mal angeguckt, das fand ich relativ sogar sehr schön. Weil dann zum Beispiel das erste Mal, wo ich im Flugzeug geflogen bin, also bin ich von Hamburg losgeflogen, da haben ich und meine Schwester halt die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt, wie man das halt so macht, wenn man noch kleiner ist, haben wir halt die ganze Zeit die Flüsse gesehen, die Autobahn, die ganzen Hochhäuser, die total klein waren, haben uns halt die ganze Zeit so mega abgefreut und so. Ja, aber so ein richtig mega schönes Erlebnis, also was ich so von anderen allen abschalten, also abheben würde, habe ich eigentlich nicht bis jetzt. Ja, aber das war es ja jetzt auch schon mit dem Vlog, sorry, dass der, wie gesagt, kürzer ist. Das ist halt jetzt mega stressig mit der Schule und so, vor allem heute, weil wir halt die Bücher einschlagen müssen und alles, was man halt am ersten Tag so macht. Ja, aber das war es dann jetzt, das ist auf jeden Fall ein Liken, und aber wenn Sie gespannt haben, haut rein, hoch, tschau.